Kapitel 16 Das Fest Arthur sollte recht behalten. Am Morgen der Hochzeit strahlte die Sonne. Der Regen schien sich endgültig verzogen zu haben, nur der starke Wind war geblieben. Harry stand vor dem Spiegel im Badezimmer der Weasleys und kämpfte mit seiner Fliege, während Draco gerade aus der Dusche trat, nach einem Handtuch griff und sich die nassen, blonden Strähnen aus der Stirn strich. »Es sieht doch gut aus«, sagte er mit Blick auf seinen Verlobten und trocknete sich ab. »Ja, wird langsam, aber ich wäre dir dankbar, wenn du das nochmal vernünftig machen könntest«, sagte Harry und drehte sich zu Draco. Dieser nickte, kam auf ihn zu und wandte die Fliege ein weiteres Mal. »Wann bist du gestern Abend ins Bett gekommen? Ich hab dich gar nicht mehr gehört«, fragte Harry. Draco sah auf und schlüpfte in Boxershorts und Hemd. »Weiß nicht mehr, es war spät, ich wollte dich nicht wecken«, »Was hast du so lange mit Hermine gemacht?« »Was glaubst du?« wollte Draco lächelnd wissen und knöpfte sich sein Hemd zu. »Drey.« »Harry, die Zeit rennt. Wir wollen morgen los und etwas Planung und Vorbereitung schadet da nicht«, sagte der Ältere und bann nun auch seine Fliege. Harry seufzte, warf sich seinen Festvermacht um und setzte sich auf die Badewanne. Draco hockte sich vor ihn und lehnte seine Stirn an die seines Verlobten. »Ich weiß, wie du dich fühlst, aber wir können jetzt nicht mehr zurück.« »Ich weiß, ich weiß das. Trotzdem, ich will nicht an morgen denken und die Verabschiedung. Du hast Sam gesehen. Ich hoffe, er verkraftet das alles.« sagte Harry und stand auf. »Er hat Severus und Blaze, Ron, Hermine, Seamus...« »So, und nun...« Draco griff nach seinem Umhang und küsste Harry innig. »Wir sollten langsam mal nach unten gehen«, sagte er und zog Harry aus dem Bad. Harry fand, dass die Trauung von Bill und Fleur schon fast trotzig war. Kingsley legte wieder viel in seine Ansprache und es schien, als wolle nicht nur das Wetter Voldemort zeigen, dass es noch Liebe und Hoffnung in der Welt gab. Nach den Glühflöten standen Harry und Draco etwas abseits. »Es war schön, oder?« Fragend sah Draco zu Harry, dieser nickte lächelnd. »Wird unserer auch so?« fragte er und grinste. »Wenn du es willst«, sagte Draco und küsste den anderen. »Ich würde dich hier und jetzt heiraten«, sagte Harry. Unter seiner Stimme lag mehr Ernst, als er selbst gedacht hätte. Draco sah seinen Verlobten prüfend an. »Ich würde dich überall heiraten, aber meinst du nicht, es wäre etwas unpassend, Bill und Fleur die Schuhe zu stehen?« »Entschuldige, natürlich, es war auch nur...« sagte Harry, aber Draco verschloss seine Lippen mit den Seinen. »Lass das. Entschuldige dich nicht für so etwas.« »Harry, James, Snape, ich liebe dich mehr als alles andere und wir werden heiraten. Selbst wenn es nur uns beide gibt, auf einer Klippe irgendwo am Ende der Welt.« »Ewig dein.« »Ewig mein«, sagte Harry lächelnd. »Ewig uns«, schloss Draco und küsste ihn ein weiteres Mal. »Es war beinahe eine symbolische Hochzeit«, dachte Harry, nur sie beide, hier unter dem Apfelbaum im Obstgarten der Weasleys. Es war ein Schwur und keiner von beiden würde ihn brechen. Sie gesellten sich zu der Festgesellschaft ins Innere des Zeltes. Harry sah sich suchend um und fand Sam, der auf einem Stuhl in der Ecke saß und Hermines Kater Krummbein auf dem Schoß hatte. »Ich seh mal noch, Sam«, sagte er und Draco folgte seinem Blick. »Mach das, ich geh zu seinen Vätern«, sagte er und bahnte sich einen Weg zu Cerys und Regulus, die ins Gespräch mit einem Mann vertieft waren, den weder er noch Harry kannten, der aber mit seinen Gewändern stark an einen Hippie erinnerte. Harry zog sich einen Stuhl neben Sam und strich dem Kater kurz über das rote Fell. »Alles klar, Sammy?«, wollte er wissen. Sein jüngerer Bruder sah auf und nickte. »Hm, ja schon«, sagte er und sah zu seinen Vätern hinüber. »Sam und auch die beiden Männer waren den Morgen über sehr still gewesen«, fand Harry und er konnte sich fast denken, warum es so war. »Hey, Sam, sieh mich an«, forderte er und der Junge sah auf. »Also, was ist passiert?« Sam zuckte mit den Schultern. »Nichts weiter. Ich war wütend.« »Auf Dad oder Papa?« »Ja, ja, irgendwie schon. Ich war wütend, weil du gehst und Papa nicht mehr nach Hogwarts kommt. Es fühlt sich nicht so an wie eine Familie. Nicht mehr.« schloss Sam und drückte den Kater fester an sich. Harry sah hinüber zu seinen Vätern. Zwischen die Männer passte kein Blatt Papier. Er wusste, dass auch ihnen der Abschied von ihm und voneinander mehr als bewusst war. Harry wandte sich wieder seinem Bruder zu. »Sam, ich weiß, das ist alles schwer zu ertragen, für uns alle. Aber ich sagte, wir kommen wieder und ich meine das so. Wir sind eine Familie und wir bleiben es«, sagte er und strich dem Jungen über die Haare. »Ja, ja, ich weiß«, sagte Sam und lächelte nun schwach. »Gut, dann geh jetzt und tuh dir was vom Schokopudding, ehe dein Pate alles allein aufisst«, sagte Harry und wies grinsend auf Remus, der sich unter Tonks missbilligenden Blicken eine riesige Portion Pudding in eine Schale lud. Sam nickte strahlend, setzte Krummbein ab und rannte zu seinen Paten. Harry gesellte sich zu seinen Vätern und Draco an den Tisch. Der Mann in den bunten Gewändern betrachtete ihn interessiert. »Harry, darf ich vorstellen, das ist Xenophilius' Lovegott. sagte Saris und Harry reichte dem Mann die Hand. »Sie sind Lunas Vater«, sagte er und setzte sich dem Mann gegenüber. »Ja, meine Tochter und ich leben gleich hinter dem Hügel. Sehr nett von den guten Weasleys uns einzuladen. Sie und, wie ich erfahren habe, ihr Verlobter, sie haben Schlimmes erlebt in den letzten Wochen«, sagte Xenophilius. Harry nickte knapp und griff nach Dracos Hand. »Nun, die Zeiten sind schwer, Luna und ihr Freund machen sich Sorgen.« Der Blick des Mannes ging zu Luna, die mit Neville, der nicht so richtig wusste, wohin mit seinen Füßen, tanzte. »Das machen wir uns alle«, sagte Regulus nachdenklich. Harrys Blick fiel auf die Kette, die Xenophilius trug. Sie zeigte ein Dreieck, welches von einem Kreis ausgefüllt wurde und durch dessen Mitte eine Gerade ging. Es war seltsam und irgendwie vertraut. »Wollen wir tanzen?« raunte Draco seinem Verlobten zu, der sofort aus seinen Gedanken gerissen wurde. Er nickte und ließ sich von Draco auf die Tanzfläche ziehen. Gerade war ein sehr langsames Lied zu hören und die beiden jungen Männer tanzten eng aneinandergelehnt. »Was macht dich so nachdenklich?« flüsterte Draco. »Weiß nicht. das Symbol an der Kette von Lunas Vater. Kennst du es?« Draco drehte sich mit Harry etwas und betrachtete Xenophilius aus der Ferne. »Hm, nein, keine Ahnung. Und du?« »Irgendwo habe ich es schon mal gesehen, aber kein Schimmer wo genau«, sagte Harry. »Fällt hier schon noch ein?« sagte Draco und küsste seinen Verlobten sanft. Sie tanzten eine ganze Weile, bis eine offenbar sehr wütende Hermina an ihnen vorbei nach draußen stürmte. Harry sah Draco fragend an. Dieser nickte und beide folgten der jungen Frau. Sie fanden Hermine auf einer Gartenbank sitzend. »Alles in Ordnung?« wollte Draco wissen und setzte sich neben sie, während Harry stehen blieb. Hermine sah auf und Tränen glitterten in ihren Augen. »Es ist Ron! Er macht mich wahnsinnig! Er glaubt...« »Ach!« »Geht es um Victor?« wollte Harry wissen. Victor Krum war ebenfalls auf der Feier. Harry hatte bisher nur ein paar Worte mit ihm gewechselt, aber er ahnte, dass Ron den Bulgarien nicht unbedingt hier haben wollte. »Er glaubt...« »Er glaubt, Victor will was von mir! So ein Schwachsinn!« »Ja, wir verstehen uns gut, aber Victor hat kein Interesse an mir und ich erst recht nicht. Bevor Kingsley vorhin gegangen ist, da habe ich kurz mit ihm geredet und da kam auch Victor dazu. Kingsley ist disperiert und Ron hat mich und Victor gesehen und kann nun seine Eifersucht nicht zügeln.« Vollendete Draco. Hermine nickte redigniert. »Ach, Mine, lass ihm Zeit. Ron ist... Naja, Ron eben. Du liebst ihn doch, oder?« fragte Harry seine beste Freundin an. »Ja, natürlich, aber manchmal...« »Ja, ich weiß, aber komm, lass uns wieder reingehen. So wie ich Ron kenne, bereute er es bereits. sagte Harry und reichte Hermine eine Hand. Sie griff danach und ließ sich von ihm hochziehen. Kaum hatten sie das Festzelt wieder betreten, kam Ron auf sie zu und entschuldigte sich ziemlich wortreich. Drake und Harry hielten es für besser, die beiden erst einmal allein zu lassen. »Alles gut mit Hermine?« Victor Krumm stand unvermittelt vor ihnen und sah besorgt zu Hermine und Ron hinüber. »Ähm, ja, alles okay, aber komm, wir setzen uns lieber dort hinüber«, sagte Drake und wies auf einen leeren Tisch am anderen Ende des Zeltes. Victor folgte den beiden, wenn auch etwas verwirrt. »Ron mag mich nicht«, war das Erste, was Victor sagte, nachdem sie sich gesetzt hatten. »Hm, so würde ich das nicht sagen. Er ist eifersüchtig«, versuchte Harry eine Erklärung. »Eifersüchtig?« »Ja, weil du dich so gut mit Hermine verstehst. Sie sind ein Paar, verstehst du?« fragte Draco den Bugaren an. Dieser grinste plötzlich. »Ach, deswegen er so komisch. Hermine und ich nur Freunde. Ich habe selbst Freundinnen. Ron muss sich keine Sorgen machen.« sagte Krumm und nahm einen Schluck Wein. »Und ihr? Seid glücklich, oder?« fragte er und sah zu den jungen Männern. Draco nickte und legte eine Hand auf Harrys Oberschenkel. »Ja, sind wir«, bestätigte dieser. »Kann mich erinnern, dass es früher nicht so war. Zeiten enden sich und Umstände auch.« sagte Draco ernst. Krumm nickte. »Ja, schlimm das alles. Sag, wer ist die Mann da neben deinen Vätern?« wollte er nun von Harry wissen. Dieser folgte Victors Blick. Xenophilius Laufgut saß noch immer mit Cerus und Draculus zusammen und lachte. »Xenophilius? Der Vater einer Freundin. Sie wohnen nicht weit weg. Warum?« Krumms Blick war nun grimmig. »Trägt dieses dreckige Zeichen auf der Brust.« Nun sah auch Draco hinüber. Der silberne Anhänger schimmerte im Kerzenlicht. »Zeichen?« wollte er wissen. »Ja, was stimmt damit nicht?« wollte nun Harry alarmiert wissen. »Grindelwald. Das ist das Zeichen von Grindelwald.« »Grindelwald? Das ist doch der schwarze Magier, den Dumbledore besiegt hat.« sagte Draco. »Genau. Grindelwald hat viele Menschen umgebracht, meine Großvater zum Beispiel. Hier war er natürlich mächtig. Es heißt, er fürchtete Dumbledore und zu Recht, wenn man bedenkt, wie er erledigt wurde.« Er klärte Krumm, ohne den Blick von Xenophilius zu lassen. Draco sah Fragen zu Harry, der mit den Schultern zuckte. Es kam höchst unwahrscheinlich vor, dass Lunas Vater ein Anhänger dunkler Magier sei und offenbar hatte niemand sonst den Anhänger erkannt. Doch wo hatte er das Zeichen schon einmal gesehen? »Weißt du, Krumm, die Lovegoods sind ziemlich ungewöhnlich. Gut möglich, dass Xenophilius gar nicht weiß, was er da trägt.« Riss Draco Harry auf seinen Gedanken. Krumm sah noch einmal zu Xenophilius und dann wieder zu Draco. »Kann sein. Sollte sich besser informieren.« sagte er und nahm einen weiteren Schluck Wein. In diesem Moment kam Bill an den Tisch und lächelte die jungen Männer an. »Na, amüsiert ihr euch?« wollte er wissen. »Sicher, Bill. Ist eine tolle Fest.« sagte Krumm und prostete dem Mann zu. Bill nickte. »Ähm, das freut mich. Harry, Draco, ich muss kurz mit euch sprechen.« sagte er und sah viel sagen zu Victor, der sofort verstand. Der Bugare stand auf und nickte den dreien zu, dann ging er in Richtung Ron und Termine, die inzwischen eng nebeneinander am anderen Ende des Zeltes saßen. »Ron sieht aus, als würde ihn gleich fressen.« sagte Draco und lachte. Er folgte seinem Blick und grinste. »Ich glaube nicht, dass Victor eine Konkurrenz ist, oder?« »Nicht wirklich.« sagte Harry, besetzte sich und senkte die Stimme. »Also, es ist alles geklärt. Ragnok erwartet euch morgen um zwölf in King's Cross.« »Danke, Bill, das ist super,« sagte Harry. »Denkt aber an meine Worte. Ragnok ist zwar vertrauenswürdig, aber er würde immer erst seine eigene Haut retten,« sagte der Weasley eindringlich. »Ist gut, Bill, wir werden aufpassen,« sagte Draco. Eine Weile schwiegen die drei und beobachteten die Gäste, die ausgelassen feierten. Auch Sam schien inzwischen großen Spaß zu haben und tanzte wild mit Tongs. Lächelnd beobachtete Harry seinen jüngeren Bruder. »Seid ihr bereit für all das?« wollte Bill wissen und Harry wandte den Blick von Sam. »Kann man das?« wollte er wissen und Draco griff wieder nach seiner Hand. »Wohl nicht.« »Ihr dürft nur nicht vergessen, dass ihr eine Familie habt, Freunde, Menschen, die hinter euch stehen,« sagte Bill und beugte sich zu den beiden. Schnell flüsterte er ihnen etwas ins Ohr. Verwirrt sahen sich Draco und Harry an. »Vergiss das nicht, okay?« sagte Bill und erhob sich. Die jungen Männer schüttelten die Köpfe. »Gut, dann feiert noch ein wenig,« sagte er und ging. Das Fest steuerte gegen späten Abend auf seinen Höhepunkt zu. Die Hochzeitstorte wurde angeschnitten und Fleur warf ihren Blumenstrauß. Wie zufällig schubste Fred Ginny etwas nach vorn und so hatte die jüngste Weasley den Strauß plötzlich in den Händen, was Arthur Weasley ein leises Stöhnen entlockte. Lee Jordan zog seine Freundin grinsend an sich und küsste sie. Irgendwann wurde die Musik ruhiger. Cerys und Regulus tanzten eng und fast allein, während Remus und Tonks am Rand saßen und ihnen zusahen. Sam schlief auf Remus' Schoß. Harry und Draco, die ein wenig spazieren gegangen waren, gesellten sich zu ihnen. Lächelnstrich Harry seinem Bruder über die dunklen Haare. »Soll ich ihn ins Bett bringen?« wollte er leise wissen, aber Remus schüttelte den Kopf. »Nicht nötig, er ist nicht schwer,« sagte er. »Er hängt sehr an euch, das sieht man,« sagte Draco und setzte sich nun ebenfalls. »Ja, er ist ein toller Junge. Ich weiß, dass Cerys und auch Regulus sehr an ihm hängen, aber als wir in Frankreich waren und als Raphael und Sarah anboten, dass Sam bei ihnen bleiben könne, solange der Krieg dauere, da hatte ich gehofft, sie würden dem zustimmen,« sagte Tongs und sah zu dem schlafenden Jungen. »Ja, manchmal denke ich, es wäre wirklich besser. Aber Dad, wisst ihr, was komisch ist? Ich denke kaum noch an früher, an die Zeit vor der Adoption. Es ist fast so, als wäre das ein ganzes Leben, dabei ist es nur etwas mehr als ein Jahr her, dass er mich aus dem Lückoster weggeholt hat. Dad hat sich verändert, ich habe mich verändert. Es könnte alles einfach perfekt sein, Dre und ich und das alles und manchmal denke ich, wir könnten einfach weggehen, nach Frankreich, Italien oder Amerika, das alles hinter uns lassen. Voldemort, die Todesser, einfach alles. Aber wäre das fair? Sagt man nicht, wer nicht kämpft, der hat schon verloren? Wenn ich Sam anschaue und meine Väter und Dre, lächeln sei zu seinem Verlobten, dann weiß ich einfach, für was wir das machen. Dumbledore darf nicht einfach umsonst gestorben sein, genauso wenig wie Emily Pond oder Cedric. schloss Harry und sah zu Remus, der lächelnd nickte. Und du klingst wie Sirius und auch wie Severus. Ja, du hast recht. Das alles ist es wert. Sam, Cedric und Arthur, sie haben die Chance, ohne Krieg aufzuwachsen. Und wenn wir alle dazu beitragen können, dass es so ist, dann sollten wir es tun, sagte er. So, es ist wirklich spät, wir sollten Sam ins Bett bringen, morgen wird... Remus stoppte mitten im Satz. Etwas Großes und Silbernes fiel durch den Baldachin über der Tanzfläche. Ein schimmernder Luchs landete genau in der Mitte. Die noch anwesenden Gäste hielten den Atem an und wandten die Köpfe zu dem Tier. Jeder schien dem, was er gerade getan hatte, zu stoppen. Auch Sam rieb sich müde die Augen. Dann öffnete der Patronus weit das Maul und sprach mit der lauten, tiefen und langsamen Stimme von Kingsley Shacklebolt. Das Ministerium ist gefallen. Scrimmager ist tot. Sie kommen. Für einige Augenblicke war es totenstill. Niemand rührte sich. Irgendwann schrie jemand auf und Panik brach aus. Alle rannten wild durcheinander. Harry und Draco sprangen auf. Remus drückte Sam Tonks in die Arme. Bring ihn sofort weg! schrie er. Plötzlich tauchten Gestalten und Kapuzenumhängen in der Menge auf. Harry und Draco bahnten sich einen Weg durch die fliehende Menge. Aus den Augenwinkeln sah Harry wie Fleur den weinenden Sam aus Tonks Armen riss und mit ihm verschwand. Harry! Der Schrei von Cerus ließ Harry herumfahren. Gerade noch rechtzeitig duckte er sich und entkam zu einem Fluch. Dann rannten sie weiter. Kurz verlor Harry Dracos Hand, stolperte und fiel zu Boden. Flüche sausten über seinem Kopf. Ob Schutzzauber oder etwas Finsteres konnte er nicht sagen. Wir müssen weg! schrie Draco und zog ihn hoch. Lauft! Hermine war plötzlich da und drückte Draco eine Tasche in die Hand. Macht schon! Wir halten sie auf! Ron, Neville und Luna bildeten eine Wand um sie und schickten Flüche aus. Harry wusste nicht, was er tun sollte. Er sah seine Väter, Remus und Tonks verbissen kämpfen. Er konnte doch nicht einfach verschwinden. Harry! Komm schon! Wir müssen weg! Hier können wir nicht helfen! Draco griff nach seinem Verlobten und zog ihn aus dem Zelt. Harry stolperte geduckt hinter ihm her in die Dunkelheit. Plötzlich standen sie in dem Maisfeld und hörten die Rufe der Todesser ganz nah bei sich. Mit Tränen in den Augen sah er zu Draco. Dieser nickte und griff nach Harrys Hand. Er spürte, wie sie sich auf der Stelle drehten. Die plötzlich über ihn hereinbrechende Dunkelheit erstickte Licht und Lärm. Harry spürte nur noch Dracos Hand, während er durch Zeit und Raum gepresst wurde. Fort vom Fuchsbau. Fort von den Todessern. Vielleicht fort von Voldemort selbst. Fort von der Viergiften fourth von Fuchsbau. Stدمstück Und wenn du dann an der Viergiften in der Luft wie sie an der einen Sichern е und öffnen. im Ergiften aus